so willkommen zurück zu einer weiteren episode von let's play minecraft diesmal hoffentlich ohne lags nach einer zeit ich habe jetzt noch ein paar änderungen vorgenommen und hoffe wirklich dass es funktioniert mach mal ganz kurz noch mal mit dem mikrofon ein bisschen leiser sonst bin ich stolz wieder ja und zwar habe ich jetzt ja immer minecraft sonst mit einer anderen jar gestartet das ist automatisch im format 1280 zu 720 startet und er jetzt habe ich es manuell gemacht also so gut wie möglich versucht manuell einzustellen auf die auflösung ich weiß nicht ob es geklappt hat wäre natürlich gar nicht schlecht wenn es jetzt immer anfängt zu längern habe ich keine ahnung dann probiere ich vielleicht mal mit optifine wenn ich das installiere ob es dann weg geht aber erstmal spiele ich jetzt ohne alles ohne texture pack ohne mod ohne einfach das ganz stinknormale langweilige minecraft ja nicht wundern ich habe hier schon ein paar blöcke abgebaut vorher aber das ist ja auch nicht schlimm denn obsidian farm ist jetzt keine aufgabe die ihr denke ich mal vermissen werdet ach verdammt kein block im inventar was nehmen wir ok wie viele obsidian brauchen wir vier für die seite vier acht 14 obsidian braucht man ok werden wieder schon zusammensammeln können und ich glaube ich habe die monster nicht an jetzt habe ich sie an ok oh mein gott die aufgabe ist die aufgabe ist sowas von spannend das ist wirklich und diese hitze boah in meinem zimmer sind 29,1 grad 29 ist viel zu warm ach egal ich würde sowas von einem schwitzen hier durchgehen ey das glaubt ihr gar nicht man so ein horror oh nein was machst du denn na ok hab hier meine zwei cola flaschen neben mir zu stehen so für den notfall ach man hätte ich eigentlich auch denken können dass das hier nicht funktioniert wie viel haben wir so zehn ok tschüss oder werde ich aber jetzt noch was für die ecken holen die ecken lassen wir einfach aus gut die kohle nehme ich mal mit und dann werde ich wohl noch etwas weiter erkunden gehen hier bevor wir gleich wieder in unser häuschen zurück wandern und das nether portal bauen ok ich höre hier nochmal lava oh ich hatte schon gedacht jetzt fängt es wieder an zu lecken momentan läuft es noch drei minuten läuft es schon ohne lecks es ist äh rekordzeit oder ne letzten zwei vier minuten verdammt ja wenn es jetzt anfängt wenn es jetzt nicht leckt dann weiß ich woran es liegt und dann kann ich auch wieder motzen und alles rauf klatschen aber gestern hat es ja auch als ich privat gespielt habe mit dieser anderen jar angefangen zu lecken wenn ich mit jar was laber ich mit der bat datei startet man das planscht hier irgendwas im wasser? achso das nächste musik okay ich dachte jetzt schon hier ist irgendwas im wasser planschend so okay mal rüber eisen haben wir ja glaube ich noch genug hier haben wir noch mehr lava auf welcher ebene sind wir? 30 da haben wir gold einmal ich mach mir noch ein paar fackeln oh mein gott gut das werde ich erstmal kurz so lassen danach da reingehen lässt mal alle wege hier so annähernd ausleuchten damit sich keiner von hinten anschleicht falls hier irgendwo wenn ihr von lava da ist redstone da ist redstone den werde ich mir dann auch gleich mal mitnehmen ja 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 ist doch okay okay wo komm ich hier am besten runter nein nein so taktisch klug runter bauen hier wie immer eben boah boah hat mich erschrocken man bin ich denn so schreckhaft alter seit wann bin ich denn so schreckhaft okay alles voller redstone ebene 13 hier könnten schon diamanten sein ist zwar nicht mein ziel hier aber dagegen hätte ich jetzt auch nichts wenn wir ein paar diamanten finden würden hier wir sind da so dunkel das doch lava ist lava nicht eigentlich sonst extrem hell okay nehme ich meinen redstone mit hier ein bisschen aber wie schon redstone gut diese musik ne ich hab die zwar selbst ausgesucht aber die macht mich hier langsam paranoid Alter hier ist ein enderman irgendwo in der nähe wo ist der wer hat angst vorm schwarzen mann ich nimmt der noch auf es läuft gerade wieder zu flüssig dafür dass er aufnimmt ich guck kurz nach ok er nimmt auf er nimmt auf das ist sehr schön alter 60 frames dafür dass er aufnimmt es ist äh es ist alter mein gott es läuft ja so flüssig na creeper los komm her laufen die lava mein kleiner ne die haben ja die KI verbessert die laufen ja nicht einfach mehr so in die lava sondern da muss man die schon ein bisschen so anstupsen alter ist das geil hier unten ne sieht ja richtig derbe hammer aus na du haben sie die KI wirklich so verbessert ja schade stirb 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 ok sieht mal derbe geil hier aus muss ich ja mal sagen ok oh fuck ne in der lava gehe ich nicht zum skelett ich bin doch nicht blöd man ok alter hier muss ja alles voll mit monstern sein alter ich höre überall zombies ändern männer oh fuck von wo auch da hinten na komm vor oh hast du kein aiming mein lieber ok uuuhu oh kacke nix da ok boah das zieht ja das sieht dir Studio geil aus muss ich sagen boah j �gung 20 Since diese ganzen Geräusche hier einfach wahnsinnig machen ne jay ahag dumm dumm dummgin sprechen Tömmttm, d resurrected 들어� 들어� earthquake-milch, und derés... Keine Ahnung, denn vielleicht nicht wie die Musik weiter geht. Tötet euch doch jetzt, Mann. Whaaaam! Tod. Draw! Oder was auch immer Unentschieden heißt. Ich glaub das hieß f começou Definitely. Alter, was ist hier los, Mann? Spiele ich schon viele Monsters. Ebene 18. Okay. Was macht die denn da, ey? Ich will es eigentlich gar nicht wissen, was ihr beide da zusammen gemacht habt. Da sehe ich doch meine... Da sehe ich doch etwas, was mich erfreut. Na, hallöchen. Alleine hier? Oder habt ihr noch mehr Freunde, meine hübschen drei? Sagt ihr Bescheid, wenn ihr noch Freunde habt, dann werde ich die gerne mitnehmen. Das erfreut meine Sinne. Nichts. Wo ist der Slime? Ich möchte ihn mir schnecken. Ja, Skelett, schieß hier. Na. Ich will, dass das Skeletting... Update... Ähm... 1.9 war das. Wir haben die KI verbessert. Tsss. Puh. Tot. LOL. Bist du denn für ein Spacko? Na du? Soll ich da jetzt runterspringen? Nö. Mach ich nicht. Ich hab nämlich, glaube ich, gar kein Schwert mehr sonst. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch habe. Und wenn das Schrott geht, dann bin ich geliefert. Dann bin ich nicht geliefert. Aber es scheint nicht mehr zu lernen. Das ist ja... Das ist ja so Wahnsinn. Wisst ihr was? Oh nein. Nein. Fuck, 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 fuck. Ah. Ich vollidiot. Ich vollidiot. Und ich wollte gerade eben so sagen, ey, wisst ihr was? Wir sind noch nie gestorben, ne? Oh, da ist da Lava. Ja, klar ist da Lava. Da kommt der nicht hoch, weil das jetzt verpimmelte Wasser ist. Ach, kacke, ey. Na, ist das geil. Wo war jetzt der Cave? Ich will meine Sachen wieder haben. Zumindest das, was noch davon übrig ist. Hm. Ich werde davon mal ganz kurz so machen. Wo war jetzt der Eingang? War das der da? Oh, wie scheiße dumm kann man eigentlich sein, boah. Nein. Und vor allem, wie haben sie... Das war jetzt gar nicht meine Befürchtung, dass ich da in Lava falle. Eigentlich war meine Befürchtung nur, dass da die Creeper vielleicht ein bisschen bumm machen. Okay, wo sind wir runtergegangen? Das scheint ja nicht zu sein, denn hier sind keine Fackeln. Sind wir hier nur in die Richtung gegangen? Schon wieder so ein Schaf. Ey, ganz ehrlich, die machen mich auffällig. Geil. Und jetzt habe ich keine Spitzhack. Jetzt darf ich mich hier mit Händen hochbauen. Oh, Leute, wie geil kann man eigentlich sein? Jetzt hatten wir Obsidian, jetzt ist es wieder weg. Und wir hatten noch Diamanten. Unsere Diamantische Befürchtung eigentlich, was wir alles dabei hatten. Und leider hatte ich alles dabei. Ach, Mist. Boxt dich durch, Chubnerus. Ah, scheiße, wo war jetzt der Cave, ey. Das war er anscheinend nicht hier. Welcher war denn das, Mann? Ach, komm schon, bitte, ey. Ich will die noch finden, Mann. Ich will noch meine ganzen Sachen finden. Ich will doch nicht wieder... ...alles anfangen müssen. Von vorne hier. Die Rewine. Die Rewine, die Rewine, die Rewine. Gut, wo waren wir? Wir sind in die Richtung runter. Hier kam nämlich der Creeper. Okay, hier runter. Hier haben wir das Redstone abgebaut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier sind wir abgekratzt. Ja! Ja! Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh, wartet, ganz kurz, meine... ...Family kommt gerade nach Hause. Da muss ich ganz kurz mal... ...die... ...aufnahme für ein... ...Minütchen unterbrechen. Bis gleich. So, okay, bin wieder da. Ich hoffe, ich hab jetzt aufgenommen. Ich guck nochmal ganz kurz, vorsichtshalber. Ähm, hat er die Aufnahme gestartet? Ja, hat er. Gut. Oh, wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Ja, die... ...die Diamanten sind noch da. Das heißt, wir können uns wieder eine Diamantspitzhacke machen. Das Obsidian ist auch noch da. Unsere alte Spitzhacke ist leider weg. Oh, was für ein Glück wir haben. Glück im Unglück. Meine Herren. Bin ich am schwitzen, ey. Ich geh jetzt lieber erstmal hoch. Und werd jetzt doch mal ganz kurz in Peaceful weiterspielen. Alter, das war ja mal... Was ist weg? Die Spitzhacke, die... ...Kohle. Okay. Ich baue mich jetzt mal... ...hier. Bloß, bloß raus aus dem Teil, ey. Ehrlich. Hier waren wir überall noch nicht. Und wo ist der Ausgang? Wo ist jetzt der Ausgang hin? Ach so, hier. Hier hoch. Aber es waren noch keine fünf Diamanten, die wir abgebaut haben. Oder hatten wir noch welche übrig? Ach ja, wir hatten ja noch welche übrig, ne? Ich glaube, zwei oder so hatten wir noch. Das heißt... Oh, hatten wir jetzt grad... Ah. Nicht schlecht, man. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Von wo bin ich gekommen? Einfach den Fackeln folgen. Aber hier sind keine mehr. Das heißt, wir gehen zurück. Mein Herr. Hier oben war ich da schon. Ach, ich will noch so viel Kacke. Kacke. Sieh was, ich mach's jetzt auf meine Art. Und die heißt stur nach oben graben, ohne Spitzhacke. Und mit zu wenig Holz. Okay, was können wir noch machen? Den Ausgang finden. Ja. Den. Ausgang. Finden. Ich geh einfach nochmal den Weg zurück. Wir sind von hier gekommen. Hier haben wir irgendwo unsere Sachen wieder gefunden. Mein Gott. Ich bin verwirrt. Wo ist jetzt das... Ah, hier. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Gut, ähm. Da hoch müssen wir. Jaja, die Musik ist nicht gruselig, wenn die Monster aus sind. Die lasse ich aber jetzt erstmal aus. Vorsichtshalber. Nicht, dass wieder so eine gleiche Kacke passiert wie gerade eben. Dann werde ich nämlich die Sachen... ...glaub ich nicht wiederfinden. Denn ich hab jetzt schon wieder vergessen, wo ich die Rewine oberhalb gefunden habe. Geh doch da hoch. Danke sehr. Aber... Das Gute ist, es leckt nicht. Das ist doch mal stark positiv. Ähm, am... ...Montag... ...übernachtet ein Kumpel bei mir. Und das heißt, wir machen wahrscheinlich einen Slender-Marathon. Das heißt, wir nehmen so ein paar... ...viele Folgen Slender auf. Habt ihr sicher nichts dagegen. Wenn viele Folgen Slender kommen. Denn ich bekomme ja eigentlich... ...nur gutes Feedback bei Slender. Und dann wird ja auch gefragt, wann kommen sie nach einer Folge. Und, ja. Dienstag... ...kommt eine weitere Folge Slender. Das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Da hinten geht's raus. Doch, das weiß ich nicht, geh. Geht's auch hier oben raus. Kacke. Schnell, 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 schnell. Geil. Geil. Und das ist unser... ...little Haus. Und die Musik kann jetzt auch mal hier... Ja, wir sind jetzt oberhalb. Das heißt, du kannst jetzt mal kurz... ...still sein, meine liebe Musik. Und ich werde jetzt ganz kurz mal die andere Playlist anmachen. Ähm... So. Geh an. Jetzt aber. Geh an. Danke. Endlich. Ja, wir haben unsere Sachen zumindest teilweise wieder. Und dann auch noch das Wichtigste. Hier können wir mal abernten gehen. Oh. Mach ich dann gleich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war ja doch mal etwas... ...spannend, kann man sagen, ja. Eisen haben wir auch noch genug. Ja, recht. Puh. Das... ...war... ...Glück. Meine ich gleich mal wieder so hier. Und... ...dann werde ich jetzt noch kurz da... ...abhaken gehen alles. Und dann würde ich sagen... ...überlegen wir... ...überlege ich mir mal zur nächsten Episode... ...wo wir das Nestor-Portal hin platzieren könnten. Okay. ...durch das ganze Zeug... ...könne ich dann ja auch, äh... ...so eine... ...Dingsda. Hier. Äh... ...Vieh-Dingsda. Wisst schon, ne? Hier. ...bumsende Kühe. Und Schweine. Naja. Das war ja mal nicht schlecht. Das muss ich echt sagen. Das war ja mal nicht schlecht. Ich hätte schon gedacht, die Episode wird langweilig... ...und nur Obsidian-Abbau, aber... ...da wurde es ja doch... ...noch etwas spannend zum Glück. Gut. Jesus, hab ich viele Saplings. Und... ...zwei Stacks und zwölf. Samen. Äh, nicht Samen. Hier, Dingsda. Ah. Ich werde mal... ...irgendjemanden fragen... ...der sich mit Mods auskennt... ...ob er mal einen Landwirtschafts-Mod reinhauen kann... ...wo man an den Trecker fährt... ...und dann alles automatisch funktioniert. Dafür gibt's halt den Landwirtschaftssimulator... ...aber der ist ja nicht... ...da kann man ja nicht alles abbauen. Und ich laber wieder nur Scheiße. Okay, diesmal bekommen wir das ganze Feld voll. Glaube ich. Hoffe ich. Wünsche ich. Mann, komm schon. Ich mach einfach mal alles hier. Ja, das passt locker. Oder? Müsste eigentlich reichen. Klick, 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 klick. Achso, ich kann ja auch gedrückt halten. Ja. Egal. Gut. Okay. Huch. So, ja, das dürfte reichen, oder? Ja, locker, 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 locker vom Hocker. Locker vom Hocker. Schön. Wunderschön. Irgendwo was vergessen? Der kontrollierende Blick sagt... ...nein. Computer sagt nein. Okay, dann würde ich die Episode jetzt hier beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bla, 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 bla. Das übliche wie immer. Zum Glück lag es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich werde dann zur nächsten Episode wieder Texture Pack und Mod reinhauen. Wahrscheinlich diesmal ein anderes Texture Pack. Jemand hat sich gewünscht, dass ich mir das Honeyball Texture Pack von Gronkh da mal reinmache. Will ich dann mal sehen, ob ich das mache. Und, jo, dann bis zur nächsten Episode. Tschüss.